Der Narr liest Das weiße Schiff Ich bin Basil Elton, Wärter des Leuchtturms von North Point, den vor mir schon mein Vater und mein Großvater hüteten. Der graue Leuchtturm steht fern der Küste über abgesunkenen, schleimbedeckten Felsen, die sichtbar sind bei Ebbe, nicht jedoch bei Flut. An diesem Signalfeuer zogen ein Jahrhundert lang die majestätischen Schiffe der sieben Weltmeere vorüber. In den Tagen meines Großvaters gab es viele davon, in den Tagen meines Vaters schon weniger, und nun sind es ihrer so wenige, dass ich mich zuweilen sonderbar allein fühle, als wäre ich der letzte Mensch auf unserem Planeten. Von fernen Küsten kamen jene alten Handelsschiffe mit den weißen Segeln, von fernen östlichen Küsten, wo warme Sonnen scheinen und süße Düfte durch die fremdartigen Gärten und farbenprächtigen Tempel ziehen. Die alten Kapitäne kamen oft zu meinem Großvater und erzählten ihm von diesen Dingen, die er wiederum meinem Vater erzählte und mein Vater mir, an den langen Herbstabenden, wenn der Wind aus dem Osten gespenstisch heulte. Und ich habe noch mehr über diese Dinge und über vieles andere in den Büchern gelesen, die man mir gab, als ich jung war und von Fragen erfüllt. Doch wunderbarer als die Geschichten alter Männer und das Wissen der Bücher sind die geheimen Geschichten des Meeres. Ob blau, grün, grau, weiß oder schwarz, glatt, gekräuselt oder von Wogen aufgetürmt, dieses Meer schweigt nie. Mein Leben lang habe ich es betrachtet und ihm gelauscht, ich kenne es gut. Anfangs erzählte es mir nur die einfachen, kleinen Geschichten von ruhigen Stränden und nahen Hafenstädten, doch im Laufe der Jahre wurde es freundlicher und sprach von anderen, von seltsameren und weit in Raum und Zeit entlegenen Dingen. Im Zwielicht teilten sich zuweilen die grauen Dünste am Horizont, um mir kurze Blicke auf die Wege dahinter zu gewähren, und des Nachts wurden die tiefen Wasser der See zuweilen klar und leuchtend, um mir kurze Blicke auf die Wege in der Tiefe zu gestatten. Diese kurzen Blicke waren so zahlreich wie die Wege, die einst waren oder der einst sein könnten, so wie die Wege, die sind, denn das Meer ist älter als die Berge und beladen mit den Erinnerungen und Träumen der Zeit. Aus dem Süden pflegte das weiße Schiff zu kommen, wenn der Mond voll und hoch am Himmel stand. Aus dem Süden glitt es überaus zügig und geräuschlos übers Meer. Ob das Meer rau oder ruhig, der Wind günstig oder widrig war, stets glitt es zügig und geräuschlos voran, mit seinen fernen Segeln und den seltsamen langen Rudereien, die sich rhythmisch bewegten. Eines Nachts erspähte ich auf dem Deck einen bärtigen Mann in einer Robe und erschien mich auf eine Reise nach fernen, unbekannten Gestaden einzuladen. Viele Male sah ich ihn dann unter dem Vollmond und immerfort lud er mich ein. In der Nacht, in der ich seiner Aufforderung folgte, schien der Mond sehr hell und ich schritt auf einer Brücke aus Mondschein über die Wasser zum weißen Schiff. Der Mann, der mir gewinkt hatte, hieß mich nun in einer sanften Sprache, die ich gut zu kennen schien, willkommen, und die Stunden waren erfüllt von den sanften Liedern der Ruderer, als wir in einen geheimnisvollen Süden davonglitten, der golden gefärbt war vom Glanz des vollen, zarten Mondes. Und als der Tag rosafarben und strahlend herandämmerte, erblickte ich die grüne Küste der fernen Länder, hell und schön und mir unbekannt. Über dem Meer erhoben sich herrschaftliche, dicht bepflanzte Terrassen, und hier und da schimmerten die weißen Dächer und Säulengänge seltsamer Tempel zwischen den Bäumen hindurch. Als wir uns der grünen Küste näherten, erzählte der bärtige Mann mir von jenem Land, dem Lande Zar, wo alle schönen Träume und Gedanken wohnen, die einmal nur zu den Menschen kommen und dann vergessen werden. Als ich erneut auf die Terrassen blickte, sah ich, dass er die Wahrheit sprach, die Szenerie vor mir enthielt viele Dinge, die ich einst durch die Nebel, jenseits des Horizonts und in den leuchtenden Tiefen des Meeres geschaut hatte. Auch dort gab es Formen und Fantasien, die prachtvoller waren als alles, was ich je gekannt hatte, die Visionen junger Dichter, die in Anmut starben, ehe die Welt erfahren konnte, was sie gesehen und geträumt hatten. Doch setzten wir keinen Fuß auf die Wiesen von Zar, denn es heißt, dass derjenige, der sie betritt, nie mehr zur heimatlichen Küste zurückkehren darf. Als das weiße Schiff still von den Tempeln und Terrassen von Zar fortsegelte, erblickten wir am fernen Horizont vor uns die Turmspitzen einer mächtigen Stadt, und der bärtige Mann sprach zu mir, »Dies ist Talarion, die Stadt der tausend Wunder, wo all jene Rätsel wohnen, die ein Mensch vergebens zu ergründen trachtete.« Ich schaute erneut, als wir näher herankamen, und sah, dass die Stadt größer war als jede andere, die ich zuvor erblickt oder von der ich je geträumt hatte. Hinauf in den Himmel reichten die Türme ihrer Tempel, so daß kein Mensch ihre Spitzen erkennen konnte, und bis weit hinter den Horizont erstreckten sich die abweisenden grauen Mauern, über denen man nur einige wenige Dächer zu sehen vermochte, unheimlich und bedrohlich und doch verziert mit reichen Friesen und verlockenden Standbildern. Gewaltig war mein Verlangen, diese faszinierende und zugleich abstoßende Stadt zu betreten, und ich ersuchte den bärtigen Mann, mich an dem schimmernden Pier, bei mächtigen, reliefgeschmückten Tore Akariel an Land zu setzen, doch sanft schlug er mir meinen Wunsch ab und sagte, »Talarion, die Stadt der tausend Wunder, haben viele schon betreten, doch ist keiner je zurückgekehrt. Dort wandeln nur Dämonen und irrsinnige Wesen, die nicht länger Menschen sind, und die Straßen sind weiß von den unbestatteten Gebeinen derer, die das Götzenbild Latje geschaut haben, das über die Stadt herrscht.« Und so segelte das weiße Schiff an den Mauern Talarions vorbei und folgte über viele Tage einem südwärts ziehenden Vogel, dessen glänzendes Gefieder dem Himmel glich, aus dem er erschienen war. Dann kamen wir zu einer reizenden Küste, bunt von Blüten jeglicher Farbe, in deren Binnenland sich, soweit wir sahen, liebliche Heine und strahlende Bäume unter einer Mittagssonne ergötzten. Aus Lauben, die unserem Blick verborgen waren, drangen Lieder und Bruchstücke lyrische Harmonie, durchwoben von einem sachten Gelächter, das so köstlich klang, dass ich die Rudere anspornte in meinem Eifer, den Ort dieses Geschehens zu erreichen. Der wertige Mann sprach kein Wort, sondern beobachtete mich bloß, als wir uns der Lilien gesäumten Küste näherten. Plötzlich brachte ein Wind, der über die Blumenwiesen und laubreichen Wälder heranwehte einen Duft mit sich, der mich erbeben ließ. Der Wind wurde stärker, und der tödliche Leichenhausgeruch, Pestgeplagter Städte und offener Gräber erfüllte die Luft. Als wir rasch von jener verfluchten Küste fortsegelten, sprach endlich der wertige Mann und sagte, »Dies ist Xura, das Land der unerfüllten Wonnen.« Und so folgte das weiße Schiff erneut dem Himmelsvogel über warme, gesegnete Meere, umfächelt von kosenden, wohlriechenden Briesen. Tag um Tag und Nacht um Nacht segelten wir, und wenn der Mond voll war, lauschten wir den sanften Lidern der Ruderer, die so süß klangen wie in jener lange zurückliegenden Nacht, als wir von meinem weit entfernten Heimatland aufgebrochen waren. Und im Mondlicht gingen wir endlich vor Anker im Hafen von Sonanyl, der geschützt ist von den Zwillingslandzungen aus Kristall, die dem Meer einsteigen und sich zu einem strahlenden Bogen vermählen. Dies ist das Land der Fantasie, und wir wandelten über eine goldfarbene Brücke aus Mondschein zur grünen Küste hinüber. Im Lande von Sonanyl gibt es weder Zeit noch Raum, weder Leid noch Tod. Dort verblieb ich viele Äonen, grün sind die Heine und Weiden, bunt und duftend die Blumen, blau und melodisch die Ströme, klar und kühl die Quellen und stattlich und prächtig die Tempel, Schlösser und Städte von Sonanyl. Dieses Land ist grenzenlos, denn hinter jedem schönen Anblick tut sich ein noch schönerer auf. Auf dem Lande und inmitten der Pracht der Städte kann das glückliche Volk sich nach freiem Willen bewegen, dessen Angehörige alle mit der Gabe ungetrübter Anmut und ungeschmälerte Freude gesegnet sind. Während der Äonen, die ich dort lebte, wandelte ich glückselig durch die Gärten, normalerische Pagoden aus anmutigen Buschgruppen hervorspähen und die weißen Pfade von zarten Blüten gesäumt sind. Ich erklomm sanfte Hügel, von deren Kämmen ich bezaubernde Panoramen voller Lieblichkeit schauen konnte, mit turmgeschmückten Dörfern, die sich in grüne Täler schmiegten und mit den goldenen Kuppeln gigantischer Städte, die am unendlich fernen Horizont schimmerten. Und ich sah im Mondlicht das funkelnde Meer, die kristallenden Landzungen und den friedlichen Hafen, wo das weiße Schiff vor Anker lag. Es war eines Nachts, im unvordenklichen Jahre tarb, dass ich vor dem Mond die lockende Gestalt des himmlischen Vogels als Umriss sah und die ersten Regungen der Unrast verspürte. Dann sprach ich mit dem bärtigen Mann und berichtete ihm von meinem neuen Verlangen, nach dem fernen Kathuria zu reisen, das noch kein Mensch je gesehen hatte, das jedoch alle jenseits der Basaltsäulen des Westens vermuteten. Es ist dies das Land der Hoffnung, und darin strahlen die vollkommenen Ideale all dessen, was wir andernorts kennen, zumindest erzählen sich das die Menschen. Doch der bärtige Mann sprach zu mir, nämlich in Acht vor den gefährlichen Meeren, worin den Geschichten der Menschen zufolge Kathuria liegen soll. In Sonanyl gibt es weder Schmerz noch Tod, doch wer weiß schon, was jenseits der Basaltsäulen des Westens liegen mag. Dessen ungeachtet bestieg ich beim nächsten Vollmond das weiße Schiff mit Kurs auf die unbereisten Meere und ließ gemeinsam mit dem zögerlichen, bärtigen Mann den glücklichen Hafen zurück. Der Himmelsvogel flog voran und führte uns zu den Basaltsäulen des Westens, doch dieses Mal sangen die Ruderer keine sanften Lieder unter dem Vollmond. Im Geiste stellte ich mir oftmals das unbekannte Land Kathuria mit seinen prachtvollen Hainen und Palästen vor, und ich fragte mich, welche neuen Wonnen mich dort wohl erwarteten. Kathuria, so sprach ich zu mir, ist die Wohnstadt der Götter und das Land ungezählter Städte aus Gold. Seine Wälder sind aus Aloe und Sandelholz sowie die duftenden Heine von Camorin und zwischen den Bäumen flattern fröhliche Vögel mit süßem Gesang. Auf den grünen und blumenbedeckten Bergen von Kathuria stehen Tempel aus rosafarbenem Marmor, voll geschnitzter und gemalter Pracht und in ihren Höfen stehen kühle silberne Brunnen, wo die duftenden Wasser, die aus dem Grotten entsprungenen Fluß Nark stammen, mit entzückenden Melodien plätschern. Die Städte von Kathuria sind umgeben von goldenen Mauern, und auch ihre Pflaster sind aus Gold. In den Gärten dieser Städte gibt es sonderbare Orchideen und duftende Teiche, deren Betten aus Korallen und Bernstein sind. Des Nachts werden die Straßen und Gärten erleuchtet von bunten Laternen, die aus dem dreifarbigen Panzer der Schildkröte gefertigt sind, und hier erschallen die sanften Weisen der Sänger und Lautenspieler. Und die Häuser der Städte von Kathuria sind allesamt Paläste, jedes erbaut über einem duftenden Kanal, der die Wasser des geheiligten Nark führt. Aus Marmor und Pophyr sind die Häuser und überdacht mit glitzerndem Gold, das die Strahlen der Sonne widerspiegelt und die Pracht der Städte vergrößert, wenn glückselige Götter von den fernen Gipfeln herniederschauen. Am schönsten von allen ist der Palast des großen Herrschers Dorib, den manche für einen Halbgott und andere für einen Gott halten. Hoch ist der Palast des Dorib und groß die Zahl der Türmchen aus Marmor auf seinen Mauern. In seinen weiten Hallen versammeln sich große Menschenmengen und hier hängen die Trophäen der Epochen. Das Dach ist von reinem Gold, es ruht auf hohen Säulen aus Rubin und Azur und trägt Schnitzwerke von Göttern und Helden, so daß, wer zu diesen Höhen aufblickt, gleichsam auf den leibhaftigen Olymp zu spähen scheint. Der Boden des Palastes ist aus Glas, unter dem die kunstvoll beleuchteten Wasser des Narg fließen, wimmeln von bunten Fischen, die jenseits der Grenzen des lieblichen Kathuria unbekannt sind. So sprach ich zu mir selbst von Kathuria, doch immerfort ermahnte der Bertegemann mich, zu den glücklichen Gestaden von Sonanyl zurückzukehren, denn Sonanyl sei den Menschen bekannt, Kathuria hingegen habe keiner je erblickt. Und am 31. Tage, den wir dem Vogel folgten, erblickten wir die Basaltsäulen des Westens. In Nebel gehüllt waren sie, so daß kein Mensch dahinter spähen oder ihre Gipfel sehen konnte, die, wie manche sagen, tatsächlich bis zum Himmel reichen. Der Bertegemann flehte mich erneut an, abzudrehen, doch ich hörte nicht auf ihn, denn ich glaubte, aus den Nebeln, jenseits der Basaltsäulen die Klänge von Sängern und Lautenspielern zu vernehmen. Sie schienen süßer als die süßesten Lieder von Sonanyl, und sie erklangen mir zum Lobe, mir zum Lobe, denn ich war weit fort vom vollen Monde gereist und hatte im Lande der Fantasie gelebt. Und so segelte das weiße Schiff zum Klang der Melodie in den Nebel zwischen den Basaltsäulen des Westens. Als die Musik verstummte und der Nebel sich lichtete, erblickten wir nicht das Land Carthuria, sondern ein rasch strömendes, unwiderstehliches Meer, über das unsere hilflose Barke zu einem unbekannten Ziel hingetragen wurde. Bald drang das ferne Donnern fallender Wasser an unsere Ohren, und vor unseren Augen erschien am fernen Horizont das gewaltige Sprühen einer ungeheuerlichen Stromschnelle, die die Meere der Welt in abgründiges Nichts hinabriss. Da sprach der bärtige Mann mit Tränen überströmten Wangen zu mir. »Wir haben das wunderschöne Land Sonanyl zurückgewiesen, das wir nun nie wieder erblicken werden. Die Götter sind größer als die Menschen, und sie haben gewonnen.« Ich schloss die Augen vor dem Sturz, der, wie ich wußte, kommen würde, und ersparte mir den Anblick des himmlischen Vogels, der mit seinen blauen Schwingen spöttisch über dem Rande des Sturzbachs segelte. Nach jenem Sturz kam das Dunkel. Und ich hörte das Kreischen von Menschen und von Wesen, die keine Menschen waren. Aus dem Osten fegten stürmische Winde heran und ließ mich frösteln, als ich mich auf den feuchten Stein kauerte, der sich unter meinen Füßen erhoben hatte. Als ich dann einen weiteren Knall hörte, öffnete ich die Augen und fand mich auf der Plattform des Leuchtturms wieder, von dem ich vor so vielen Äonen fortgesegelt war. In der Finsternis tief unten zeichneten sich verschwommen die gewaltigen Umrisse eines Schiffes ab, das an den grausamen Felsen zerbarst, und als ich über die Zerstörung hinwegblickte, sah ich, dass das Licht zum ersten Male, seit mein Großvater seine Wartung übernommen hatte, erloschen war. Als ich zu einer späteren Nachtwache den Turm betrat, sah ich an der Wand einen Kalender, der noch den gleichen Tag zeigte, wie zur Stunde meiner Abreise. Im Morgengrauen stieg ich den Turm hinab und suchte nach Wackteilen auf den Felsen, doch fand ich nur dies, einen sonderbaren toten Vogel, dessen Farbe dem azurblauen Himmel glich und eine einzelne geborstene Spiere, die weißer war als der Schaum der Wellen oder der Schnee der Berge. Und danach erzählte mir das Meer nie wieder von seinen Geheimnissen, und obgleich der Mond, seitdem viele Male voll und hoch am Himmelszelt stand, kam das weiße Schiff aus dem Süden niemals wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017